so beginnt das video auf jeden fall perfekt und damit so leute was genau herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute test drive für euch mit der booster philipp ist am start niklas ist am start stefan ist auch am start habt ihr natürlich schon gesehen niklas kannst du schon jahre ja philipp kann auf jeden fall schon echt ja 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 auf jeden fall die booster zusammengefuscht wie sie ist mit dem 21er vergaser mit den absolut ranzigen vario rollen drin mit dieser abgefahrenen rt stage kupplung scheibe ganze 5 5 vario schrauben drin alles aufs nötigste lenker habe ich hier auch krass bearbeitet wenn er sauber wäre das natürlich auch noch mal schöner ist einfach der originale lenker einfach alles untergebaut hier diese haltung weggefeilt und dann einfach so vom vom downy hat schon so eine zwischenstrebe einfach drauf geknallt sieht ganz okay aus lenker position ist für die originale also alles easy und genau dieser scheibe port ist immer noch drauf aber 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 die karte geht gut aber die karte geht gut die karte hau wieder mit der start ja was ist das für ein bräuchmann das fackt überhaupt also das war ein bisschen doof beschrieben glaube ich ja und wir sind heute wieder bei traumhaftem wetter am sport natürlich mit der besten schutzkleidung die es auf dem markt gibt eigenlederkommi ja wenn ich mal hier gespannt beim fullsteaker jawoll ja jawoll die booster läuft sehr gut tatsächlich für zusammengepusht das aktuelle setup wurde ich auch hier jetzt nachgefragt das aktuelle setup ist der reinste furcht das ist irgendein 70er mhr von mal los und die orivario mit irgendwelchen absolut viereckigen rollen drin mit einem 21er china vergaser drauf mit einer 90er hüge drin mit einem sportflugfilter ja es macht eigentlich absolut gar keinen sinn dass die karte so gut läuft ja das ist doch mein auspuff alter ja das ist doch mein auspuff alter sapi da habe ich gedacht ne hier da ist ein sportflugfilter drauf da haben wir jetzt zusammengepusht das hauptsache hell da ist auch maximal windig heute aber gehts aber auch maximal warm also so mit dem T-Shirt das ist jetzt das ist auf jeden Fall ganz angenehm zu fahren setzt sich durch den krassen Wind das muss mein auspuff sein das ist immer beim gas gehen komisch das machen wir mal hier firster wende und gucken ob das stoppt ja in einem halben zirkel kann man das vielleicht sagen jawoll jawoll mit der zirkel mit der ich die die b das eine die 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 Ich schaff's auf Video, ne? Ich schaff's auf Video! Ich bin fast gestorben, Alter. Alles gut, fährt wieder. Mein Auspuff ist unweg. Alter! Ich hatte eigentlich einen Willi-Fail, aber ich hab das irgendwie gerettet. Das wird davon schnell, Digga! Fail or save! Komm wieder? Ja? Komm wieder? Ja, ja. Aber gesaved! Ich hab's noch Müdigkeit! Ich hab's noch Müdigkeit. Ich hab's noch Müdigkeit! Das Bett hat geschwissen, ne? Ich hab's noch Müdigkeit! Ich hab's noch Müdigkeit! Ich hab's noch Müdigkeit! Ich hab's noch Müdigkeit! Ja, mein Ausdruck ist auf jeden Fall echt nach Vorsicht! Ich hab's noch Müdigkeit! Ah, da hinten kommt auch schon mein Werk, Freunde! Ja, dann lass ich mal die Kette hier jetzt abführen, weil du mal so viel Mögen anmeldenkst. In... ... in nem Fast-Puli-Fail geendet ist. Also nicht mit uns? ... in nem Fast-Puli-Fail geendet ist. ... in nem Fast-Puli-Fail geendet ist. ... in nem Fast-Puli-Fail geendet ist. Ja, ich würd's sagen, Digger, mit dem Ausdruck... ... ist... Ui, Digger! ... ist wohl jetzt wahrscheinlich nur ein ganz kurzes Video. Aber ich hab auch kaum noch Leistung gefühlt. Ah, ne, wir haben noch keine Leistung. Ja, macht Gott nicht keinen Sinn, jetzt mit dem... ... unrechten Ausdruck weiterzufahren. Äh, ich würd's sagen, an dieser Stelle beendet euch das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und... ... ich würd's sagen, wir machen jetzt noch ein Abschlussvideo und danach sehen wir uns im nächsten Video. So! Der Wiki hat das Video beendet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! ... ... ... ... Ah non, ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR